Das war's für heute. Der soll mir die Scheiße mal erklären. War nur bedingt schuldfähig. Aber vielleicht sollte jeder Einzelne einfach da rübergehen und zwei von den Mistkerlen in ihren Lehmhütten erschießen. Du bist so wie dieses Arschloch. Was bezweckst du damit eigentlich, dass ich wahnsinnig werde? Hör mir zu. Kann ich an meinen anderen reden? Was willst du reden? Du kommst hierher und quatschst mich voll mit deinem Gelaber. Was willst du? Hast du wirklich das Gefühl, so kannst du alles wieder gut machen? Nein. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017